Aber so läuft der Hobel jetzt. Also das ist mehr als ätzend. Ja, hallo zusammen. Heute geht es um einen Golf 4. Da ist ein 1,6er Motor drin, glaube ich. Ich habe auch nur den Schlüssel. Und da soll jede Menge dran sein. Die Werkstatt hat wohl nachgeguckt und hat wohl für sich festgestellt, dass sich das Ganze wohl nicht mehr lohnen soll. Das Ding muss auch in Kürze zur Hauptuntersuchung. Und man hat mich gebeten, ganz einfach mal nachzuschauen, was mit dem Hobel ist. Und ich dachte, wir fahren den mal gemeinschaftlich. Was bedeutet, Schlüssel habe ich. Ich hoffe, dass Fahrzeugschein im Auto ist. Habe ich natürlich jetzt auch im Visum noch nicht gesehen. So, das bedeutet als nächstes, wir machen ein bisschen Rumpelpumpel. Und fahren überhaupt mal. Gucken mal, ob irgendwelche Kontrollleuchten brennen. Angeblich vollgeschriebener Fehlerspeicher. Und irgendwas mit der Bremse. Also Golf 4. Also wie gesagt, Baujahr habe ich jetzt nicht. Kilometerstand habe ich jetzt auch noch nicht. Da drüben steht er. Ist wohl gestern Abend noch angeliefert worden. Und ja, wir fahren jetzt eine Runde und schauen ganz einfach mal nach. Ja, Fahrgestellnummer kann man in der Windschutzscheibe jetzt nicht lesen. Ich gucke mal, ob hier eben, ach guck mal, hier ist sogar ein Fahrzeugschein. Oh, hier hat ja wieder einer eine Liegeposition. Oh, das geht ja überhaupt nicht irgendwie. Ich muss jetzt ein bisschen einstellen. So, auf dem Tacho stehen 151,749. Erstzulassung ist der 17.01.2001. So, wir gucken mal. Also Service jetzt haben wir schon mal. Und ja, Motorkontrollleuchte ist schon mal an. Ein Spiegelglas ist kaputt. Da müssen wir gucken, ob wir da nicht auch irgendwie Ärger kriegen. Vor allem ist es noch der linke. Aber so kann ich nie sitzen, ey. Der sitzt ja schon so ein bisschen im Rentner-Style. So, euch drehe ich jetzt auch noch mal so ein kleines Stückchen. Angesprungen ist er ja ganz gut. Gut, Handbremse geht gar nicht. Das zeige ich euch natürlich auch gleich noch mal eben. Kupplung läuft. Drehen wir erstmal. Schmeißen wir das Ding jetzt erstmal hier rum. Oh, Attacke. Schnell weg. Klopft halt auch irgendwas. Zweiter Gang, kalter Zustand. Der Motorkontrollleuchte ist die ganze Zeit an. Da müssen wir mal gucken, was damit ist. Vielleicht hauen wir den Fehlerspeicher auch noch mal eben weg. Wir haben jetzt 10.14 Uhr. Die Abnahmestelle hat natürlich noch ein bisschen auf. Vielleicht lassen wir ihn ja einfach mal abnehmen. Ich meine, der wird mit Glanz und Gloria dann durchfallen wahrscheinlich. Aber wir haben wenigstens was, um was wir uns entlanghangeln können. Ja gut, zweiter Gang, der synchronisiert natürlich mehr als schlecht. Vielleicht ist auch gar kein Getriebe immer drin. Das wissen wir mittlerweile ja auch nicht mehr. So, Wischer. Die Scheiben wahrscheinlich ist leer. Vorne, hinten. Geht gar nichts. Tolle Wurst. Aber so laufen tut er erstmal. Oh, platzcht da hin. Aber jetzt übertrieben laut oder so. Ist er nicht. Die Werkstatt hat wohl den Fehlerspeicher abgefragt und da war wohl wirklich alles voll geschrieben. Allerdings auch wohl jede Menge sporadische Fehler. Ich gucke mal, ob ich das Fehlerprotokoll finde, dann blende ich euch das natürlich nochmal entsprechend ein. und ja, dann kamen dann irgendwie, glaube ich, 3000 Euro bei rum. Ja gut, zweiter Gang wird jetzt besser, wo er ein bisschen wärmer wird. Ja gut, ich würde sagen, wir fahren zurück zur Garage. Probefahrt hat er erstmal so halbwegs bestanden, aber Lenkrad steht minimal nach links. So, Tank, ja tolle Wurst. Das mag ich auch mal, wenn die Leute mir hier so ein halb leeres Auto beziehungsweise ein fast leeres Auto hier hinstellen. weil eine Probefahrt ist ja schon immer irgendwie so ein bisschen sinnvoll. Aber wenn die Kontrollleuchte angeht, haben wir ja noch so 60 Kilometer, das müsste reichen. Das heißt, wir fahren das Ding dann ganz leer. und dann kommt derjenige, glaube ich, auch von etwas weiter weg. Ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal nachher. Das ist natürlich mega, ne? So Leute, Motorkontrollleuchte ist an und Handbremse eigentlich komplett ohne Funktion. Gar nichts. Ja Leute, jetzt bin ich gerade reingefahren, ist die nächste Lampe angegangen. Dann müssen wir uns erstmal schauen, was damit los ist. Ja, bevor wir jetzt den Fehlerspeicher abfragen, werden wir ganz einfach mal nachschauen, wie der Allgemeinzustand so aussieht. Also, Öl ist schon mal unter Minimum, hatte ich jetzt gerade schon mal geguckt. Machen wir nochmal eben zusammen. Also, das ist natürlich auch sehr, sehr geil. Ein Ölschild habe ich jetzt hier irgendwie überhaupt noch nicht gefunden. Also, geht so ungefähr bis bis hier hin. Ja, also, da ist da ist unter Minimum Zahnriegen wissen wir nicht, Service wissen wir nicht. Ja, so, komm, wir gucken mal. Ja, also hier, Scheibenwasch, Zeus ist leer. Ja, Scheiben, wenn die Scheibenwaschanlage nicht geht, hier, ist auch irgendwie alles kaputt. Waschdüse, ich meine, Scheibenwaschanlage sollte schon funktionieren, ne? So, ansonsten, ein stinknormaler, blauer, Golf 4. Hier, Spiegelglas. und hier, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, so praktisch, das mit der, mit der Handbremse ausgehakt. Hier, dieser Haar, das ist, immer sind die Handbremse alle gerissen oder so, oder die, dieses Ding ist hier kaputt, allerdings liegt das daneben, also die Handbremse geht überhaupt nicht, was natürlich auch mega blöd ist, wenn man am Berg steht. wenn wir jetzt mal gucken, Reifen an sich sind noch gut, Stoßdämpfer sind dicht, Bremse, na, von der Belagstärke her, würde ich sagen, ist das Ganze noch in Ordnung. Da hinten sieht sie natürlich schon nicht mehr so prickelnd aus, aber wir gucken jetzt ja, eine ziemlich breite Rostkante, also so ganz so geil sieht das alles nicht mehr aus. Vielleicht haben wir auch wieder feste Settel, das kennen wir ja vom letzten Mal, aber Reifen sind in Ordnung. So, Beleuchtung, da ist es auch soweit in Ordnung, das sieht auch in Ordnung aus, Wischerblatt ist natürlich auch hier kaputt, na, die Summe macht es dann, so, Stoßdämpfer sind dicht, Bremse hinten, na, kann man schlecht sehen, doch da, naja, aber Reifen sind noch gut, das wundert mich so ein bisschen, so, vorne, Belachstärke ist auf jeden Fall okay, Stoßdämpfer sind auch dicht, naja, gucken wir mal, ja, was hat ja auch gequietscht, vielleicht die Gummilager, so, wenn ihr da mal schaut, also, die hängen auch so ein bisschen daneben, da hinten sieht man das andere Gummilager, das ist auch nicht mehr so prickelnd, ja, als wir in unsere Rumpelpumpelstrecke abgebogen sind, hat es ja einmal so komisch geknatscht, und das ist ja oftmals die Stabilagerung, die dann da Geräusche macht, das ist dann das nächste, ne, ich meine, wenn es jetzt nur Geräusche macht, lässt sich das ja vielleicht noch verkraften, aber wenn das natürlich alles ausgeschlagen ist, Stabil soll ich dafür, dass euer kurveninneres Rad beim Abbiegen natürlich auch auf der Straße bleibt, aber, ganz so der Knaller ist das nicht, jetzt haben wir gleich noch die Fehler, wir werden aber eben nochmal eben von unten, also, wir werden jetzt nochmal eben von unten schauen, ob da noch irgendwelche Auffälligkeiten sind, und da müssen wir erstmal mit derjenigen sprechen, ob wir nicht einfach erstmal so hinfahren, aber letztendlich haben wir jetzt schon Service, wir haben Service unklar, Zahnriemen unklar, Bremse hinten funktioniert nicht, und die Fehlerempfehler speichern, plus wahrscheinlich noch jede Menge Tület-Kram, so wie die Querlenkerleger. So, schauen wir uns das Ding jetzt mal hier von unten an, da ist schon mal ein neues Flexo reingekommen, Motor ist ein bisschen ölfeucht, Achsmanschitten sehen noch heile aus, ja, wenn wir jetzt hier mal gucken, Stoßdämpfer federn, das sieht auch alles noch gut aus, gut, dass die Bremse hinten jetzt nicht geht, so Leute, ich habe jetzt mal versucht, das Gestänge wieder einzuhaken, ich meine, ganz von alleine geht sowas natürlich auch nicht raus, wer weiß, was da vorher mit passiert ist, aber jetzt werden wir die Handbremse grob einfach einstellen, ob sie natürlich dann wirklich anwandfrei funktioniert, kann ich natürlich nicht sagen, das heißt, ich werde jetzt die Mutter wieder so weit vordrehen, dass er so drei, vier Zähne hat, wie da, aber ihr seht mal, so, das ist komplett schief, das heißt, das wahrscheinlich ein Sattelfest ist, oder ein Handbremseil, weil das Handbremseil ist leichtgängig da drin, aber das sieht mir dann eher so aus, als wäre ein Sattelfest ist, das ist das Ganze natürlich auch schon, keine Ahnung wie lange nicht mehr betätigt worden, jetzt gucken wir mal, ob die Räder frei wären, aber das ist schon ein Mist, so, ich mache jetzt mal hier los, gucken wir mal, ob sich die Räder frei drehen, schleift, schleift, und drüben, hier geht es besser, also wahrscheinlich entweder Sattel oder Seil, aber wenn ich mir das angucke, wie das da eingehakt ist, wird es wahrscheinlich eine Mischung aus beiden sein, aber es ist erstmal eingehakt, da kann man auch das schlechte Tragbild sehen, da hinten, also bremen sie hinten komplett, ja Leute, das ist natürlich dann die Frage, wie viel, wie viel will man noch reinstecken, werden wir uns nochmal eben um den Fehlerspeicher kümmern, das ist ja auch eine Sache, da bin ich auch mal gespannt, was da drin ist, vielleicht sind es auch nur sporadische Fehler, vielleicht kriegen wir die auch irgendwie weg, so, jetzt schließe ich das Ding erstmal an, so Leute, bevor wir das Ding nochmal laufen lassen, machen wir mal eben noch ein bisschen Öl in den Motor, wenigstens ein bisschen, und dann lassen wir das Ding jetzt mal laufen, und fragen mal eben den Fehlerspeicher ab, ich hätte mal meinen Laptop zwischendurch laden sollen, hat nämlich nur noch 9% Akkulaufleistung, ich hoffe das reicht jetzt noch, dass er jetzt eben einmal durchrauscht, und dann hauen wir die Fehler erstmal alle weg, und dann werden wir nochmal eine Runde fahren, wer weiß wie lange die schon da drin sind, aber lassen wir ihn erstmal rödeln jetzt, ja noch 5% Akku, komm wir gucken mal eben, so, das sieht natürlich alles nicht so geil aus, wir haben Fehler in der Lambda-Regelung, Lambda-Sonde, Motorsteuergerät gesperrt, Bremsen-Elektronik, Sensor für Querbeschleunigung, sporadischer Fehler, das ist jetzt warum die Lampe wahrscheinlich gerade anging, Schalthafel-Einsatz, Kombi-Instrument, Motorsteuergerät gesperrt, keine Kommunikation, Diagnose, Interface, ein Fehler gefunden, so meine Güte ey, Komfortsystem, Türsteller, überall, komm ey, machen wir erstmal speichern, ja ihr habt gesehen, ganz schön voll geschrieben, ich habe jetzt alles mal weggehauen, ja, und jetzt schauen wir mal nach, wir werden jetzt nochmal eine Runde fahren, ob wir im Motor und im Bereich der Bremse noch was haben, ganz ehrlich, Türsteller und den ganzen Gedönse, das juckt jetzt erstmal kein, aber wenn natürlich ABS Lampe brennt, oder die Querbeschleunigungslampe, dieses Dreieck, und die Motorkontrollleuchte haben wir natürlich ganz schlechte Karten, gut, die Fehler sind jetzt erstmal alle weg, und das heißt runter und eine Runde fahren, können wir nur hoffen, dass es entweder jetzt weg bleibt, oder wieder kommt, das ist natürlich dann doof, wenn wir damit zur Abnahme fahren, und dann gleich wieder die ganze Kirmes vorne angeht, wir kriegen das schon irgendwie hin, bin mal gespannt, so Leute, das ist mir den Sitz jetzt hier ganz vorne, da komme ich hier kaum rein, da haben wir mal gucken, Läuft wie ein Satz, müsste das Ding, theoretisch, wenn der nicht richtig läuft, kommen wir auch nicht durch die AU, aber wir werden jetzt einfach mal, ich muss ja jetzt eh das Kabel holen, und dann werden wir mal gucken, ob irgendwelche Kontrollleuchten noch mal angehen, hier, Handbremse, ist natürlich, jetzt kannst du immer noch bis zum Mond ziehen, aber es ist schon besser, zumindest ist es ja jetzt eingehakt, aber wer sehe ich denn da laufen, fahren wir mal, Kulturen tut er nicht, weil unter dem ganzen Öldeckel war jetzt auch gerade ein bisschen Schmand, wahrscheinlich eine reine Kurzstreckenmöhre, ja, das ist Tannen, bitte Tannen, so, läuft da gar nicht so schlecht, hätte ich jetzt so gesagt, außer vielleicht im Leerhof, ja, das Geklatsche wird der Stabby sein, schieben wir mal ein bisschen durch, aber jetzt, wenn der Leerhof läuft, jetzt, wenn er läuft, Die Wirkung ist auch eher, ist ja gut. Ganz verstehen tue ich das bei vielen Leuten nicht. Haben dann immer ein oder zwei Kindersitze hinten drin und haben dann eine Handbremse, die nicht funktioniert. Und der erste Gang hält so ein Auto nicht, wenn du steil an der Straße stehst irgendwo. Unsere Handbremse sollte schon funktionieren. Ich kenne auch viele Leute, die stellen ihr Auto nur auf P ab, wo ich dann auch immer denke, und darf sich nicht wundern, wenn dieses kleine Heck in dem Getriebe dann irgendwann mal schlapp macht. Ja, noch sind alle Kontrolleuchten aus. Ich bin echt gespannt, ey. Das heißt eben Kabel holen und dann haben wir das ja auch verbunden mit einer Probefahrt. Vielleicht ziehen wir die Handbremse noch ein, zwei, eine Handvoll, äh eine Handvoll Zähne nochmal nach. So, fahren tut er. Okay, ich fahre jetzt erstmal noch eine Runde, hole das Kabel, dann fahren wir zurück zur Garage und fragen nochmal Motor und Bremse ab. So Leute, das Ladekabel ist da. Das ist natürlich kacke, ne? Piept Service jetzt für untanken. Ist natürlich auch immer mega unsexy, wenn es gleich piept, wenn der Prüfer einsteigt. So, was jetzt hier noch? Ja, ist ja gut. Na, aber Motorkontrolleuchte ist nur aus. Das, was ihr zwischendurch knatschen hört, ist der Stabby. Sollen wir hinfahren oder sollen wir nicht hinfahren? Also wir machen jetzt folgendes, wir fahren jetzt wirklich nochmal. Wir fahren zur Garage und wenn der Motor sauber ist, und, äh, Bremse auch. Komm schon, ne, zieh durch. Dann fahren wir rotzfrech hin. Wir dürfen ja auch eine, ich glaube 50% Abweichung dürfen wir hinten an der Bremse haben. Und ich sag mal, selbst wenn es die Bremse dann ist, ist er drauf geschissen, ne? Dann machen wir die neu. Das Handbremsele sah jetzt nicht mehr so geil aus. Ich weiß auch jetzt nicht, ich meine, er zieht schon hinten. Aber irgendwie ist das alles nicht so sexy. Aber mal so ein bisschen durchladen, das Ding hier. Aber auf Touren kommt. Wahrscheinlich auch so ein Auto, was immer nur drei Kilometer zur Arbeit gefahren wird. Weil 150 oder 151.000 sind da jetzt auch nicht wirklich viel. Ich bin nicht gespannt, ey. Was denn jetzt? Weil wir haben jetzt halb zwölf. Echt, haben wir halb zwölf? Jo, ich hab schon mal halb zwölf. Mal gucken. Ja, natürlich ist das geil, wenn wir eben Fehlerspeicher abfragen könnten und dann einfach hinfahren. Oh, jemals. Vor uns ist wieder einer, der kennt die Abmessung seines Autos nicht. So, aber bis jetzt sind noch alle Kontrollleuchten raus. Ja, Leute. Gerade hier auf dem Parkplatz gebogen. Und schon fängt die Kirmes wieder an. Also AGR ist wahrscheinlich auf jeden Fall Ratze. Lambda-Regelung hat er jetzt nicht reingeschmissen. Aber so läuft der Hobel jetzt. Also das ist mehr als ätzend. Da hat jetzt gerade noch mal AGR-Durchlass zu groß rausgeworfen. Jetzt lassen wir noch mal komplett durchrattern. Aber das sieht nicht gut aus, ne? Unheimlich viele, viele Kleinigkeiten dran. Das heißt Kleinigkeiten, ne? An sich schöne Arbeit, ne? Machst du ein AGR neu, machst dann vielleicht die Lambda-Regelung, ne? Wer weiß, ob die funktioniert. Zahnringen wissen wir nicht, Bremse, Querlenker, alles so Eventualitäten. Ich tentiere aber trotzdem mit dem Hobel so hinzufahren, dass er einfach mal durchguckt. Auch wenn wir keine AU bekommen. Weil das sind Dinge, die müssen ja auch gemacht werden. Ah, es ist... Ah, dann die Komfortsysteme. So geil ist es nicht. Aber es hilft ja nichts, ne? Du kriegst ja jetzt irgendwie keinen sauberen Kostenvoranschlag hin. Du machst jetzt ein AGR-Ventil neu. Du machst wieder die Lambda-Sonne neu. Den Fehler hatten wir ja drin. Haben wir jetzt erst rausgehauen. Und dann? Dann weißt du immer noch nicht, ob der Rest in Ordnung ist. Weißt du nicht, ob der Cut vielleicht schon eine Macke hat, wenn das Ding so läuft die ganze Zeit? Weiß keiner. Spiegel. Auch. Naja. Wir lassen das mal durchrennen hier. So Leute. So sieht das Ganze jetzt aus. Bremse, Elektronik. Also, Drehzahlrate. Ah, der ist noch drin. Airbag ist sauber. Schalltafel-Einsatz. Keine Kommunikation, sporadisch. Den hat er aber überall drin. Komfort. Spiegelheizung, Fahrerseite, Beifahrerseite. So, ich habe es jetzt nochmal weggehauen. Scheiße. Also, so läuft der nicht. So läuft der nicht. Ja, ich werde jetzt anrufen und fragen, ob wir das Ding ganz einfach mal so vorführen sollen. So Leute, zurück. Komm, ich zeige euch das Auto nochmal eben. Also so, muss man sagen, erstmal gar nicht so schlecht. Also, wie so ein stinknormaler Golf-Vier jetzt aussieht. Geht an sich. Aber. Rote Kratzer überall drin. Und jetzt, wenn man jetzt mal so hört, so läuft der Motor einmal frei. So, bis auf den Staubsauger. So auch die Sitze. Wenn man jetzt mal so guckt, gar nicht so schlecht. Hier hinten. So sieht das Auto aus. Vor allen Dingen gerade. Er ist ja nicht angesprungen. Und jetzt schnurrt er wieder vorne wie ein Kätzchen. Jetzt hier ist die ganze Orgel an. Da brennt also auch so ziemlich alles. Und jetzt tut er so, als wäre nichts gewesen. Schnurrt er wie ein Kätzchen. Mit diesen ganzen Wenns und Abers und vielleicht kommen wir nicht weiter. Aber der Fehler ist auf jeden Fall wieder drin. AGR-Rate ist zu hoch. Das heißt, da ist irgendwas, also ich gehe mal davon aus, dass das AGR-Ventil kaputt ist. Vielleicht ist es auch nur verschmutzt. Das weiß ich nicht. Der Leerlauf ist natürlich mega kacke. Und natürlich auch hier der Geber für Drehrate. Die Kontrolleuchte brennt auch. Ich kriege es da auch nicht aus. Der Fehler ist sofort wieder da. Ja, und dann haben wir natürlich noch den Rest. Und ich glaube, das, was am besten ist, wir lassen uns jetzt ganz einfach einen Bericht schreiben. Und hier ist jetzt noch, wir sind noch zwei Monate TÜV drauf. Und dann kann diejenige sich theoretisch überlegen, ob sie mit dem Auto weiterfahren will und sich was Neues holt oder ob sie die Kohle investieren möchte. Das heißt, wir machen das jetzt an sich ein bisschen früher als gedacht. Das mit der Handbremse ist natürlich auch ein bisschen kacke. Der Sattel, wenn die Handbremseide nicht zurückgezogen werden, kommen vielleicht auch noch zwei Sattel dazu. Dazu müssen wir mal wissen, wie die Bremse insgesamt aussieht. Also so viel Wenns und Abers und Vielleicht und Weiß ich nicht und hin und her. Dann keine Ahnung, wie es mit Service aussieht. Keine Ahnung, wie es mit dem Zahnrennen aussieht. Also eigentlich wissen wir nichts von dem Auto. Und dann summiert sich das natürlich dann auch vielleicht in einem Betrag, wo derjenige dann sagt, ich will das nicht mehr gemacht haben. Ich glaube, es tendiert dahin, weil derjenige wahrscheinlich dann frühzeitig sich umorientieren möchte. Und wenn der Typ als einmal abgelaufen ist und du brauchst dann ja vielleicht mal so ein, zwei Monate, um dir vielleicht auch ein neues Auto zu kaufen und zu gucken, was es so gibt auf dem Markt, macht das Sinn, das vorher einmal checken zu lassen. Das ist natürlich dann auch der Hauptgrund, warum sie überhaupt hier ist. Also, wenn wir jetzt den Bericht haben, haben wir ja sowieso erst mal vier Wochen Zeit. Das, was ich jetzt aber mache, ich bin jetzt so häufig hin und her gefahren, ich mache jetzt erst mal in den Vogel hier ein bisschen Sprit rein. Weil, das muss nicht sein. Ich bin mal hier auf dem letzten Husten fahren, wo ich sowieso schon immer einen Anfall kriege, wenn mein Tank gut dafür voll ist. So, immer das Gute mit Geschmack reinmachen. Und danach ja auch das Gequimitsche irgendwie. Also ganz ehrlich, hinfahren, Arschlenken. So, mal gucken, ob wir ein Einpiepen schon mal wegkriegen hier. Das haben wir nur noch Service jetzt. Motor-Kontroll-Leuchte leuchtet. Die PC ist an. Hier ist alles an. Hier ist alles an. Das wird lustig. Also, mit so einem Kasten bin ich auch noch nicht hingefahren. Hier brennt die ganze Kirmes. Hier ist die ganze Kirmes zugange. Ach, das sieht ja auch schon aus. Das sieht ja auch schon aus. Super. Da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht lächerlich macht. Da brennt die ganze Kirmes. Au, können wir da ja abhaken. Ist das ein Vogel, ey. Das ist auch geil hier, ne? Also, man soll es nicht glauben, die Bremse, also die Handbremse, kam so auf den letzten Husten, aber war 100 links und 150 rechts. also da tendiert das auch in Richtung festen Sattel und feste Bremse hin. Aber, ganz ehrlich, ich glaube, da muss einer den ganz spitzen Bleistift nehmen. Den ganz spitzen Bleistift, wenn du sowas noch... ist ja so ausgegangen, ey. Ist natürlich auch geil, ne? Scheiße, ey. Es läuft da wieder. Ja, so ahnt sie es nicht. Aber so ein Koffer hat sie auch schon lange nicht mehr. Ja, AU haben wir drauf verzichtet. Oh, ja, ist denn was hier los? AU haben wir drauf verzichtet, weil das macht überhaupt kein Sinn. Ihr habt es jetzt gerade gesehen. Jetzt ist die, nur noch die Motorkontrollleuchte an. Also das variiert auch so, nach Kilometern, ne? Je nachdem ist das sehr, sehr unterschiedlich, was hier für eine Lampe brennt. Aber ich glaube, das Ding, er geht auch aus. Jetzt ist die Drehzahlrate wieder an. Aber es geht an, es geht aus. Gut, der Zettel ist vollgeschrieben hier. Aber wir haben jetzt was, was für schwarz auf weiß, jemandem zeigen können und sagen, pass auf, so und so sieht es aus. Und unabhängig davon, ob jetzt hier noch Öl im Getriebe ist, weil Motorölfolge steht also auch drauf. Das sind natürlich alles Dinge, das kommt natürlich noch hinzu. Inspektionen wissen wir nicht, Zahnrägen wissen wir nicht, Bremskräsigkeit wissen wir nicht. Das sind natürlich alles Sachen und ich glaube, diese 16V-Dinger, ey, komm, bleib an, ey. Ach komm, ey. Und? Ja, bleib an. Jetzt guck mal, es läuft ja sogar, wir haben den Laufhinter. Also Sache ist vollgeschrieben. Traktionskontrolle, Fehlfunktion. Bremsscheibe, hinten rechts und hinten links, mangelhaft. Bremsbelag, mangelhaft. Also Bremse löst sich hinten auch nicht richtig. Spurstange, Axialgelenk, auf der linken Seite, auch kaputt. Rückspiegel, Glasgesprung. Dann Rückfahrtscheinwerfer links ohne Funktion, Nachweis über Abgasverhalten fehlt, klar, ne, ich sag mal, das könnt ihr ja nicht machen. Ansteuerung, Motorkontrolle, Motordiagnose, also Motorkontrolleuchte und Querlenkerlager beziehungsweise Wischerblatt und Feststellbremse ist auch Hebelweg. Könnte man jetzt noch ein bisschen nachstellen, das werde ich jetzt gleich nochmal machen, denn die sollte auf jeden Fall funktionieren. Aber ich glaube, da muss einer wirklich mal rechnen und sich überlegen, ob er das wirklich in den Hobel noch reinstecken möchte. Die haben jetzt wohl eine neue Funktion und zwar können die sich den letzten Bericht anschauen, unabhängig davon, bei welcher Organisation du warst. Das heißt, wenn du beim Kyss warst vor zwei Jahren, dann kann der Kyss natürlich logischerweise sehen, den alten Bericht sehen, aber wenn du vorher bei der DEGRA warst, kann der Kyss das jetzt auch sehen. Also wir können jetzt immer den letzten Bericht einsehen einfach nur, um mal so zu gucken, wie die Kilometerstände so waren. Und vor zwei Jahren hatte der Hobel, also in diesen zwei Jahren ist sie 12.000 Kilometer gefahren. Und wenn du dir jetzt überlegst, innerhalb von zwei Jahren ist diese Bude hier fast komplett auseinandergefahren. Da guckt man ja schon mal, sind denn die Mängel, die vor zwei Jahren aufgeschrieben worden sind, auch wirklich behoben worden. Früher konnte man das machen, da konnte man dann sagen, okay, ich fahre diesmal nicht zu DEGRA, ich fahre zum Kyss oder zum GTÜ, das sehen die untereinander nicht. Aber jetzt sehen die, und wenn man jetzt geringe Mängel nicht behebt, was ja irgendwo auch eine Vertrauenssache ist, dass du das zu machen hast, und der Mangel ist nach zwei Jahren immer noch dran, dann weiß ich nicht, ob das so geil ist. Das Vertrauen ist zumindest schon mal weg. Gut, hier können wir jetzt wirklich nicht viel machen. Ich glaube, wir können das Ding jetzt erstmal getrost an der Seite stellen. Ja, Leute, ich würde sagen, den stellen wir erstmal an der Seite. Ob wir dieses Auto jetzt heute nochmal wiedersehen, kann ich nicht sagen. Da muss man sich jetzt selber überlegen, ob man da noch aktiv werden soll, und wie viel Budget man zur Verfügung hat, um sowas wieder instand zu setzen. In dem Fall war aber überhaupt die Überlegung, sich vielleicht ein neues Auto anzuschaffen, oder ein anderes Auto anzuschaffen. Und deswegen ist da jetzt auch noch TÜV drauf. Also diejenige hat jetzt nicht gewartet bis zum allerletzten Monat, weil dann muss man sich vielleicht auch wieder sich extrem beeilen, da was Neues zu bekommen. Hier, das Ding hat jetzt noch ein paar Monate. Und theoretisch kann sie den jetzt bis TÜV-Ende fahren. Und dann kann sie so einen Hubel dann abgeben und in der Zeit sich für irgendwie was anderes begeistern oder sonst was machen. Okay, letztendlich war es das. Und was ne Kiste, ey. Ist egal. Das war es in diesem Video. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, macht's gut. Bis dann. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.